Unser nächster Pick heißt Sino Gano von Zulte Varigem aus der Belgischen Liga. Der Junge ist 28 und Stürmer und wenn wir uns hier mal den aktuellen Preis so anschauen, jetzt hier mal in Euro, sehen wir er ist jetzt gerade noch auf einem sehr sehr niedrigen Niveau. Die Schwankungen sind hier auch vorhanden, also den kann man auch, wie man hier sieht, doch sehr günstig noch schießen. In Ethereum sieht das Ganze mit dem Kurseinbruch jetzt doch wieder ein bisschen anders aus, das heißt in Ethereum ist er jetzt nicht ganz billig, aber er lässt sich auch noch ganz günstig erwerben. Wir sehen hier, der Spread ist praktisch nicht vorhanden, auch bei Rare ist er minimal und ja, wir sehen, was der Junge eigentlich kann. Der hat hier immer seine Decisives gemacht, aber jetzt die letzten Spiele war er doch ganz schön am struggeln, wie wir hier sehen, mit ja praktisch nur 35, mit 28, nur 23 Minuten gespielt, 90 Minuten gespielt, 90 Minuten gespielt. Also ja, der hatte seine Einsatzzeiten bis auf das eine Ergebnis und ja, empfehlen halt einfach diese Scores, die er normalerweise bringt, Vorlagen oder Tore, aber wenn die wieder kommen, dann sollte der auch im Wert, wir sehen es hier, 1140 mit 51, ist schon sehr sehr souverän eigentlich, also der kann definitiv mehr.